Berühmt in Stadt und Land als Wundertrompeter Und früher oder später kennt ihn im Märchenwald ein jeder Als Wundertrompeter Na, Älsterchen, da bleibt Ihnen wohl vor Begeisterung der Schnabel offen stehen Ja, mit einer Trompete spiele ich sehr schön und laut Laut, das kann man wohl sagen, mein Lieber Aber auf die Lautstärke kommt es nicht an Klingen muss es, klingen Klingen, ach klingen Und wie? So, mein Lieber We call it by Hot Music Klingen, ach klingen Klingen, ach klingen Klingen, ach klingen Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Mein Mann hat morgen Geburtstag, er spielt Akkordeon, aber bisher hat er mir ohne Rhythmus gespielt. Und jetzt wollte ich mir ein Rhythmusgerät kaufen. Haben Sie da was da? Ja, da war es ganz schön. Das haben wir gerade reinbekommen, liebe Frau. Und zwar das TS93. Ach, das soll ja gut sein. Ja, das ist also sehr gut. Ich kann Ihnen das gerne mal vorfinden. Ich habe sie gerade auf dem Tisch stehen. Das ist auch angeschlossen. Jetzt passen Sie auf. Gehen Sie mal davon aus, was Sie machen wollen. Das tut er, das tut er. Ja, zum Beispiel einen Rock'n'Roll. Drücken Sie einfach hier auf die Taste ein. Das tut er, das tut er, das tut er. New song, solange ich will ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.